ja servus und hallo ja da kommt ein neues video und wie die ein oder anderen schon in der infobeschreibung gelesen haben ja heute haben wir das thema seat leon 1 8 t genau heute haben wir mal wie gesagt den 1,8 liter nicht immer cupra und wir wollen heute in dem 1 8 t ansaugung von hg motorsport die v3 das fahrzeug hat aktuell schon einen gewissen stand erreicht er hat eine downpipe drin von hjs eine friedrich motorsport abgasanlage es ist ein kombi aus 20 zöller wenn ihr wissen wollt wie man die ansaugung einbaut sie ist fast identisch sowie der einbauer der vwr 600 die ich bei mir eingebaut habe das video dazu werde ich in der infobox verlinken wir gucken jetzt mal was fährt er jetzt dafür zeiten und vor allem was auch mal sehr interessant ist was fährt er nach der ansaugung für zeiten die software bei dem paarzeug ist komplett serie aber aufgrund der eingebauten downpipe und der abgasanlage kann es sein dass wir nicht mehr allzu schnell sind wie zum beispiel beim cupra da waren es ja 0,7 sekunden nur die ansaugung wir wenn das sie sagt mal gucken was die ansaugung bringt und würde sagen viel spaß beim video abg 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020